9. Juni. Wir bleiben noch einen Tag länger als geplant in Andalsness und fahren für zwei Wanderungen in Zwengendal. 10. Juni. Wir bleiben noch einen Tag länger als geplant. 10. Juni. Wir bleiben noch ein grünes Tal. Zuerst wollen wir auf den 751 Meter hohen Lichefjelle. Interessant. Lichefjelle bedeutet kleiner Berg. Klein heißt also auf Norwegisch Liche und wird geschrieben wie das englische Little. Na dann, gehen wir mal auf den kleinen Berg. Auch diesmal geht es wieder steil bergauf. Recht schnell gewinnen wir an Höhe und können auf das grüne Tal herabblicken. 1. Juni. Wie schon oben. Nach knapp 30 Minuten Aufstieg sind wir bereits am Gipfel des Liche Fielle angekommen. Das ist schon abgekämpft und schon wieder gefilmt. Tja, da kenne ich nichts. Ein kurzer, anstrengender Aufstieg, wirklich ein kleiner Berg. Dafür aber mit einer großartigen Aussicht auf das Romstal Hornet, die Trollwand, die heute ihre Gipfel in Wolken versteckt und das Ruhmertal bis hinüber nach Andalsness. So, ich würde ja noch an, in der Schade der Karte. Das ist schon ganz gut. In der Schade der Karte der Karte ist das Ruhmertal. Bei der Aussicht hätten wir hier noch Stunden zubringen können, aber Erik will gleich noch eine zweite Tour dranhängen, also müssen wir wieder runter. Hoppla, jetzt bin ich mit einem Bein im Schnee versunken und habe Schnee im Hosenbein, das erfrischt. Momentchen mal, kurz den Schnee aus der Hose entfernen und jetzt können wir weiter. Kurzer Aufstieg, schneller Abstieg und schon sind wir wieder beim Solimobil. Wir fahren ein kleines Stück zurück durchs Wengendal und starten etwas weiter unten. Jetzt geht es auf zur Hurungswattner. Ein schmaler Pfad führt uns entlang eines rauschenden Gebirgsbachs. Teils über Schneefelder zur fast 900 Meter hoch gelegenen Hurungswatt mit. Hier oben ist es noch richtig winterlich. Zwischendurch fallen sogar ein paar Schneeflocken und das im Juni. Die Hurungswattner ist ein Gebirgssee zwischen dem 1.278 Meter hohen Hurungen und dem 1.852 Meter der Hohensdorbenche Tintin. So, jetzt sind wir am Ziel unserer letzten Wanderung angekommen. Schade eigentlich. Wandern könnte noch weiter gehen, aber morgen segeln wir noch einen Tag. Diese Brücke, wenn wir dieses Überbleibsel aus Holz so nennen wollen, habe ich euch beim Aufstieg gar nicht gezeigt. Der Akku der GoPro war leer. Nun ja, irgendwo müssen wir diesen reißenden Gebirgstrom hier überqueren. Und für uns als erfahrener Abenteuer ist das schon eine richtige Golden Gate Bridge. Naja, Spaß beiseite, vertrauenserweckend ist das Ding nicht. Uff, geschafft. So, Melanie noch und dann geht's weiter. Zurück an Bord der Soli. Hier ist es richtig gemütlich. Erik zaubert uns mal wieder ein leckeres Essen und Rolf unterstützt ihn dabei als Chef des Salat. Dazu ein kühles Bierchen. Perfekt. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Guten Appetit. Prost. Zum Woll. Skal. 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 Tag für Massen. Tag für die Türen. 10. Juni. Andalsness. Die kleine Stadt im Fjord mit ihren Fischerhäusern und dem Kletterzentrum hat uns gut gefallen. Heute heißt es Abschied nehmen. Wir machen die Soli klar und fahren durch den Romsdorfchort zurück nach Mulde. Diesmal haben wir Glück mit dem Wetter. Bei strahlendem Sonnenschein genießen wir die Aussicht auf die umliegenden Berge. Jungs Fahrt mit den Romsdorfhäusern und dem Kletterzentrum Als Martin das Router übernommen hat, ist Erik in der Kombüse zugange. Er kocht uns zum Abschied ein portugiesisches Gericht mit Stockfisch. Den hat er über Nacht eingeweicht und gießt nun das salzige Wasser ab. Salzwasser zu Salzwasser. Trotz Sonnenschein, wenn man so eine Zeit lang im Wind am Deck sitzt, dann wird es einem ganz schön kalt. Wasser. Wasser. Da hinten liegt Mulde. Ein Flieger landet gerade auf dem Flughafen. Unsere Maschine, mit der wir morgen zurück nach Oslo fliegen, ist das noch nicht. Dafür ist sie zu klein. Noch ein letztes Mal durch die Scheren. Das ist eine typische Fjordfähre, die hier viel als Verkehrsmittel unterwegs sind. Musik Und da ist der Hafen von Molde. Klar machen zum Anliegen. Musik Nach einer Woche an Bord laufen das Anliegen und der Umgang mit den Tauen richtig routiniert. Als Mannschaft wären wir jetzt bereit für weitere Bootstouren. Schade, dass es morgen zurück nach Deutschland geht. Musik Dort hinten, der Berg ohne Schnee, ist glaube ich das Romstal Hornet. In etwa da sind wir heute früh gestartet. So, jetzt sind wir wieder in Molde angekommen. Acht Tage Urlaub in Norwegen sind vorbei. Eine herrliche Zeit. Tschüss. Tschüss. Am Abend gab es dann das versprochene portugiesische Fischessen. Mh, sehr lecker. Der Abendhimmel war klar, die Luft mild. Norwegen at its best. Am nächsten Morgen hieß es dann früh aufstehen. Der Flieger startete um kurz nach sieben. Ich hatte den Eindruck, dass alle gerne länger mit Erik auf der Solli geblieben wären. Tschüss. 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 Tschüss.